Hello, da sind wir wieder, selbe Stelle, neues Glück. Ähm, mein Spiel hat jetzt sich zwischendurch aufgehängt. Ich musste kurz die Playstation neu starten. Halt! Und ich bin schon wieder, eigentlich gleich tot. Nein, hey, wir leben noch. Juhu! Links! Rechts! Au! Oh, okay. Ja, gute Idee. Keine gute Idee. Was machst du denn da? Oh mein Gott. Was die alles überlebt. Es ist nicht zu fassen, dagegen sind meine eigenen Wildnisreisen scheiß. Also im Ernst jetzt. Offene Wunden. Suchen Sie nach erster Hilfe. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Die muss ja völlig fertig sein, die Kleine. Okay. Ups. Oh, nicht schon wieder. Okay, wir sind nicht mehr richtig so richtig lebendig, oder? Ich versuche ja, Lara. Ich weiß nur nicht, wo. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Okay, wo denn? Im Hubschrauber? Ja, sie meint den Hubschrauber, okay. Oh, nee, nicht schon wieder. Oh, nee, nicht schon wieder. Ja, für alle mit den ganzen offenen Wunden da jetzt in so einem Brackwasser abzuhängen. So mit so Leichen und so. Ist echt nicht so cool. Okay, über uns geht's ab. Oh, nee, ey. Wer ist das denn? Ist das tot? Ja, es ist tot. Okay. Okay. Was zum Teufel ist der Grenz los? Dieser Magier, der ist total durchgedreht. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Hund. Aber er kommt nicht weit. Was ist mit den anderen? Wir haben sie in die Höhlen gesperrt. Wir verstehen. Wegen des Mädchens. Wir wollten sie retten. Und das sei es, will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Ich hoffe, sie ist die eine. Wir haben uns... Der ist tot, oder? Sehr gut. Hilfe! 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 Oh, oh, oh. Wie kann ich denn das da runterschießen? Kann ich gar nicht, oder? Oh nein, ich Idiot! Obwohl... Es ist nass, alles da. Oh, das tut weh. Okay. Sie kann da eindeutig gerade nicht hin. Ist natürlich ein bisschen blöd. Okay, dann gehen wir da lang weiter. Ich brauche Vorräte. Irgendwas. Irgendwas. Oh Mann, überall diese Leichen. Das ist so fies. Schaffen wir das noch hier? Oder fallen wir da runter? Nee, schafft sie noch. Okay. Okay. Tja Lara, jetzt musst du nochmal springen. Tut mir leid. Das ist so fies. Okay. Das ist so fies. Oh Gott. Es geht kein Weg hier raus! Sehen wir noch. Tja, wo bin ich denn jetzt? Ich brauche Medizin. Ah, da kann ich irgendwas hinschießen. Ich weiß noch nicht so richtig wie und was. Aber ich mache einfach mal. Okay. Sollte ich das aufhalten da? Nö. Ah, sehr gut. Scheiße! Nicht gut. Der ist ja auch noch ziemlich frisch. Yes! Aber was bringt mir das jetzt? Oh nein. Verstehe. Gar nicht gut. Hat's funktioniert? Hat's funktioniert? Ah, voll gut. Feuerpfeile. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie ich die machen kann. Wartet. Wartet? Roth, hörst du mich? Roth! Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Ähm... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Hallo? L形? Äh... Moment mal! Wo kann ich denn hier weg? Äh... Was? Ahaha! Bye! Bye! Okay, ich weiß nicht so richtig, wie ich die in Brand setze, aber ich muss jetzt erst Mann, mich um mich selbst, kann man hier keine mehr, da Nein! Nein, nein, nein! Ich brauche mehr Pfeile. Wo kriege ich Pfeile her? Reicht einer oder muss ich mehrere Pfeile schießen? Nein! Und brennen die alle oder brennen... doch, die brennen alle, okay. Hey! Die hab ich völlig vergessen! So, so sieht's aus! Ja! 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 Okay, dann wollen wir mal. Achso, hier ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Aua, 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 aua. Nun lauft doch nicht gleich ins Feuer, meine Güte. Hey, wir haben irgendwas bekommen hier. Fertigkeiten. Überleben-Upgrades. Wow, was wir schon alles können. Guck mal. Gemeistert. Plünderung gemeistert. Joa, aber ich will jetzt das. Klettergewandtheit. Okay. Na gut. Wo geht's weiter? Hier? Also man gewöhnt sich echt recht schnell an die Kamera. Es ist nur dann manchmal ein bisschen komisch, wenn das Spiel so übernimmt. Also hier sind die Übergänge einfach extrem fließend. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich noch lenke oder was. Und ich weiß auch oft nicht, was ich, ähm, also zum Beispiel diese Tonnen, ne, die so explodiert sind. Das war Zufall. Das war jetzt nicht, weil ich gesehen habe, ah, da ist was, was explodiert. Sondern das war einfach Zufall. Was ist denn das? Achso, das kann ich mit der Schotflinte kaputt machen. Stehe. Da ist doch irgendwas. Da. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Wrath irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt der eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann, dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Huchensöhnen. Es wird sein wie früher. Nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Oh Gott. Okay, wieder etwas zu erfahren. Über unseren Vater und über diese Solari. Nein, du sollst keine Fackel anzünden. Da. Wieso ist es jetzt schon zum dritten Mal eins von drei Teilen gefunden? Es ist immer was anderes. Sollen wir das mal kaputtballern, da? Einfach nur so? Okay. Ich hätte ja gern so ein Schwein. So, und diese roten, ähm, naja, auch nicht. Auch nicht. Das will ich. Die kann ich in die Luft jagen. Ah ja. Sehr effizient. Okay, das muss ich mir mal merken. Alles, was rot ist, kann ich in die Luft jagen. Natürlich sehr cool. Halt. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Es ist gerade so schön, dass wir nicht gleich gekillt werden. Halt. Hm. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Gute Frage. Okay, da kann ich nicht hin. Boah, gibt's hier viel zu erkunden, das ist ja echt cool. Okay, ich nehme alles zurück. Oh. Oh. Sie sitzen in der Pfanne! Obstellt sie! Sie kann nicht mehr hin! Nenu! Oh nein! Nicht schon wieder so einer! Nein, 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 nein! Ich muss mich konzentrieren! Shit! Okay, ähm, ich hätte gerne diese da. Oh, ich bin schon wieder tot! Verdammt! Ähm, okay, was... Was mache ich zuerst? Ich würde... Wieso kann ich mir eigentlich nicht merken, wo meine Knarre ist? So. Okay, los! Okay, los! Und dann geht's durch deine Mordkampf! Oh! 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 Echt! Oh! 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 haben andere Leute auch so oft wie ich. Wieder nicht gemerkt. Unten, 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 Herrgott, unten ist das Ding. Okay. Nein, 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 nein. Was fies. Ah, I know. Okay, verstehe. Er kann mich abknallen, aber ich kann ihn anscheinend nicht einfach so abknallen. Das ist nur ein Mädchen. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Immer drauf, ich kann uns nicht. Okay, rausgeworfen. Wir kriegen die Fieber hoch. Greif von der Seite an. Ich hab drei Stücke. Scheiße, ich weiß nicht. Okay. Ich hab sie von der Seite. Okay, es kann sein, dass wir gleich getrennt werden. Aber wahrscheinlich bin ich eh vorher tot. Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Okay, alles klar. Ich speichere hier schnell und dann schalte ich euch wieder zu.